Trinitatis Hallo. Morgen ist Trinitatis und da ist ein Predigtext vorgesehen, der sehr berühmt ist. Es ist der Aaronitische Segen, ein Segen, der meistens am Ende jedes Gottesdienstes gesprochen wird. Bevor es morgen um diesen Segen ganz im Detail geht, soll es heute im Allgemeinen mal um das Segnen oder um den Segen überhaupt gehen. Segen, das sind erstmal gute Worte. Ich denke, damit können wir alle übereinstimmen. Niemand würde sagen, wenn jemand sagt, du bist nicht gut genug oder du bist an allem schuld oder ich mag dich nicht, dass das segnende Worte wäre. Sondern Segen bedeutet, es ist ein gutes Wort und das wird am Gottesdienstende immer weitergegeben. In einer Zeit, in der es so viele üble Worte gibt und in der ja auch üble Worte auch oft unser Leben betreffen, also zum Beispiel in sozialen Netzwerken wird ja auch sehr, ja, mit manchen harten Worten auch wird kritisiert und werden andere Leute beschimpft. In so einer Zeit, in der es so viele üble Worte gibt, ist es wichtig, gute Worte zu hören. Und allein schon an den üblen Worten merken wir, welche Kraft Worte haben, allein schon, wenn man gar nicht von Segen ausgeht, welche Kraft Worte haben, böse Worte und gute Worte. Und Segen, das ist ein gutes Wort. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Segen am Ende des Gottesdienstes steht. Also wenn im Gottesdienst schon allgemein nicht allzu viel Gutes gesagt wurde, dann wenigstens am Ende. Damit kann man mit rausgehen, mit dem Segen, mit dem guten Wort. Im Segen verschränken sich auf ganz eigentümliche Weise, kann man sagen, das menschliche Wort und auch Gottes Handeln. Beides hängt zusammen. Zuerst einmal segnet natürlich Gott, aber es segnet im Grunde eigentlich erstmal der Mensch. Und so ist es auch bei diesem Segen im Alten Testament, in diesem aronitischen Segen. Da steht am Anfang, Und der Herr redete mit Mose und sprach, Aaron und seine Söhne, also die Priester, sollen segnen. Und wenn sie segnen, dann sollen sie folgende Worte sagen. Und dann kommt der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Aber als erstes sagt im Grunde genommen dieser Text, Aaron und seine Kinder, also die Priester, sollen segnen. Und es segnet auch erstmal der Mensch. Wenn ich im Gottesdienst sitze, dann steht vorne der Pfarrer und er segnet, oder die Pastorin. Wenn ich zur persönlichen Segnung nach vorne komme oder mich jemand persönlich segnet, dann ist es so, dass jemand die Hand auf meine Schulter legt oder auf meinen Kopf oder meine Hände fasst. Da gibt es einen persönlichen Kontakt. Und wenn ich dann da stehe und den Segen empfange, dann höre ich als erstes das Wort des anderen Menschen. Also insofern ist es wirklich so, der Mensch segnet. Zuerst. Das ist die eine Seite der Medaille. Und es gibt in der Geschichte, im Alten Testament auch viele Geschichten, die genau darum auch sich drehen, dass Menschen andere Menschen segnen. Väter ihre Kinder zum Beispiel. Und auch in ganz irritierender Form. Zum Beispiel gibt es einen Vätersegen, der nur einmal vergeben werden kann. Aber wie gesagt, es ist nur eine Seite der Medaille. Aber was heißt nur? Der Mensch segnet und es ist schon wichtig. Aber es segnet eben auch Gott. Und da darf man das menschliche Wirken nicht vollständig hinter Gottes Wirken verschwinden lassen. In einer gewissen Weise gehört beides zusammen. Ich freue mich, wenn ich zum Beispiel zum Geburtstag gute Worte höre oder Glückwünsche. Oder wenn mich jemand wegen meiner Sachen, die ich tue, lobt. Das alles steckt im Segen drin, in diesem alten hebräischen Wort. Loben, beglückwünschen, preisen. Und das ist schön. Auch wenn es Menschen allein durch ihre Kraft und durch ihr Wort sagen oder machen, mich segnen, dann wird mein Herz schon etwas heller. Aber Gott segnet auch. Wenn am Anfang, also vor diesem berühmten Text, ganz am Anfang steht, Aaron soll segnen, steht ganz zum Schluss dann folgendes Wort. So sollen sie eben sagen, wenn sie meinen Namen auf das Volk Israel legen, dass ich sie segne, sagt Gott. Jetzt segnet wieder Gott. Nur ein paar Verse Unterschied. Am Anfang segnet Aaron, also ein Mensch, und dann segnet Gott. Beides gehört zusammen. Und ich denke, das macht den Segen auch so besonders, dass nämlich im Grunde genommen hier der Mensch zwar segnet, ein gutes Wort spricht, aber am Ende, Gott ist der, ist der über das menschliche Wort hinaus so viel mehr geben kann und mehr tun kann. Und es ist ja auch so, dass im Grunde genommen Aaron aufgetragen wird, die Worte Gottes weiterzugeben, die Worte Gottes zu sagen. Er redet quasi im Kraftfeld. Aaron und seine Kinder reden im Kraftfeld Gottes. Man kann sagen, im Segensstrom. Und so ist es auch, dass wenn ich segne oder wenn andere Menschen segnen, dass sie die guten Worte sagen, die Gott vorgegeben hat. Beziehungsweise, es muss ja kein Bibelwort sein, aber im Grunde genommen segne ich immer im Wissen darum, dass es Gottes Wille ist und in seinem Weg. Und dann kann im Grunde genommen hier menschliche Handlung und göttliches Wirken zusammenkommen. Wie gesagt, Gott und Mensch hängen beim Segen eng beieinander. Und es ist keine Einbahnstraße, sondern es gehört zusammen. Gott und Mensch. Im Alten Testament gibt es eine ganz interessante Bedeutung, auch dieses Wort Barach segnen. Das wird nämlich auch benutzt für den Menschen, der Gott segnet. Das ist für mich persönlich erstmal ganz fern. Ich soll Gott segnen, aber für den alttestamentlichen Menschen ist es ein Hin und Her. Gott segnet mich und ich segne ihn. Und wie segne ich Gott? Ich segne Gott, indem ich ihn lobe. Indem ich Gutes von und über ihn erzähle. Indem ich ihm Gutes sage. Indem ich sage, das hast du gut gemacht, wie du in meinem Leben fügst. Und dass ich ihn lobe, das hast du gut gemacht, wie du die Welt geschaffen hast, wie schön es draußen ist, jetzt wo es regnet, dass wieder alles wächst und dass die Welt Früchte bringt. Das ist gut. Also kann ich Gott loben. Ich kann ihn segnen. Sie sehen also, dass Segen nicht nur etwas ist, wo Gott und Mensch miteinander wirken, sondern es ist doch etwas, was ich im Grunde genommen in mein Gebetsleben hineinlassen kann. Ich kann Gott loben. Und es gelingt mir, wenn es mir gelingt, das zu tun, also wenn ich schlecht gelaunt bin oder wenn ich eine sehr gedrückte Stimmung habe und es gelingt mir, Gott zu segnen, ihn zu loben, dann merke ich, dass das Auswirkungen hat. Nämlich auch Auswirkungen in erster Linie auf mich. Dann merke ich, dass ich hineintrete in einen Segensstrom, der ein Stück weit auch meine eigene Traurigkeit oder meine dunklen Schatten zur Seite schiebt. Segen braucht die Welt. Die Welt braucht gute Worte. Böse Worte hat sie schon genug. Ich darf Menschen segnen, ihnen ein gutes Wort weitergeben. Vielleicht sogar Gottes Wort. Dabei muss ich so gar nicht stehen bleiben. Ich kann auch Gott segnen mit meinem Lob, mit meinem Lied, mit meinem Dank. Dazu möchte ich sie ermutigen. Wenn sie sagen, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr über diesen aronitischen Segen, der Herr segne dich und behüte dich und so weiter, hören, dann lade ich sie herzlich ein, morgen wieder dabei zu sein. Da wird es dann etwas näher um diesen ganz berühmten aronitischen Segen gehen. Seien Sie gesegnet.